Hallo zusammen, das ist der Balz. Heute einmal mit einem schweizerdeutschen Song. Es geht darum, wenn du ein Ziel im Auge hast und vielleicht musst du ein bisschen stur sein, damit du das Ziel nicht verlierst, ist es auch gut, einmal nicht zurückzuschauen und einmal nicht zu fragen, warum. Der Song heisst «Frag nie mehr, warum». Ein neuer Weg in die Schau. Ich hätte mir es nie noch träumen, was ich alles muss noch gehen. Ich habe noch gewusst, dass ein Neue auf dem Weg in die Worte findet, was ich jetzt sage. Also mein Junge fühlt sich viel besser an, als das Leben von vorher. Ich hatte keine Lust mehr. Mein Herz hat mir immer schon gezeigt, was durch wird, aber ich habe es jeden Tag ignoriert. jetzt lasse ich los und nehme noch mit ein Gedanke, das mir ein gutes Gefühl gibt. Dreie mich um, leuf einfach weiter und frag nie mehr warum. Ich habe mir entschieden, einen neuen Weg in die Schau. Ich hätte mir nie noch träumen, was ich alles muss noch gehen. Ich habe noch gewusst, dass ein Neue auf dem Weg in die Worte findet, was ich jetzt sage. Deshalb lasse ich los, nicht noch mit. Ein Gedanke, das mir ein gutes Gefühl gibt. Ich habe mich um, ich habe mich um, leuf einfach weiter und frag nie mehr warum. Wenn du weißt, was du weißt, nimmst Herz in die Hand und nimm den Kopf aus dem Sand. Dreie mich um, leuf einfach weiter und frag nie mehr warum. Lauf einfach weiter und frag nie mehr warum. Bleuf einfach weiter und frag nie mehr warum. Bleuf einfach weiter und frag nie mehr warum. Das war es, ein schweizerdeutscher Song. Wenn du bis hier zugelost hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir rasch schreibst, unten in den Kommentaren, was du denkst, ob ich weitermachen soll mit Schweizerdeutsch. Ich habe vor ein paar Jahren nur Schweizerdeutsch geschrieben und dann aufs Englisch konzentriert, weil mir die Songs auf Englisch einfallen und jetzt kürzlich kommen immer wieder so Schweizerdeutsche Fragmente. Ich habe Lust zu schreiben, aber ich weiss nicht genau wie, ich weiss nicht genau, ob ich das bin. Also wenn du eine Meinung hast, schreib mir doch bitte. Und noch ein wichtiger Gedanke, ich würde eigentlich gerne auch für andere Künstler schreiben. Und wenn du Lust hast, oder wenn du keine Songs hast und Songs brauchst, dann melde dich doch bei mir. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag, bis bald im nächsten Video. Tschüss!